Hallo und herzlich willkommen bei Edis TechLib. Im heutigen Video geht es um die Kommunikationsschnittstelle ESPNOW. Das ermöglicht es uns, dass wir Daten zwischen ESP32 hin und her senden können. Wie das Protokoll funktioniert und aufgebaut ist, das zeige ich euch heute. Und nach diesem Video bin ich sicher, jeder kann das. ESPNOW ist ein von Espressif entwickeltes verbindungsloses Kommunikationsprotokoll, das eine kurze Paketübertragung ermöglicht und dafür das 2,4 GHz Band verwendet. Mit diesem Protokoll können bis zu 20 ESP8266 oder ESP32 auf einfache Weise miteinander kommunizieren und Nachrichten von bis zu 250 Byte austauschen. Jedes Board kann mit ESPNOW als Receiver, Transmitter oder Transreceiver eingesetzt werden und es können Reichweiten mit Antennen von bis zu 400 Meter erreicht werden. Mit den eingebauten Antennen sollte die Kommunikation in einem mittelgroßen Haus problemlos möglich sein. Vor der Kommunikation zwischen den Geräten ist ein sogenanntes Bearing erforderlich. Nach dem Bearing ist die Verbindung sicher, ohne dass ein Handshake erforderlich ist. Wenn eines der Boards plötzlich den Strom verliert oder zurückgesetzt wird, verbindet es sich nach dem Neustart automatisch mit seinem Gegenstück und die Kommunikation wird weiter fortgesetzt. Die Daten können verschlüsselt oder unverschlüsselt übertragen werden und es ist keine externe Wi-Fi-Quelle oder ein Router erforderlich. Wir haben mehrere Möglichkeiten, wie man ein ESPNOW-Netzwerk aufbauen kann. Wir haben hier den Initiator oder auch Sender und dieses Gerät initiiert die Übertragung. Dazu benötigt es die MAC-Adresse des zu empfangenen Gerätes. Der Responder oder auch Empfänger genannt, der empfängt jetzt die übertragenen Daten. Dieses Netzwerk ist die einfachste Kommunikationstopologie und es ist eine einseitige, unidirektionale Kommunikation. Bei dieser Anordnung sendet der Initiator Daten an den Responder. Eine weitere Netzwerktopologie ist ein Sender und multiple Empfänger. Bei diesem Aufbau kann der Sender zu einem Empfänger direkt Daten senden oder eine Broadcast-Nachricht an alle Empfänger senden. Bei diesem Netzwerk haben wir mehrere Sender, wie zum Beispiel Sensoren, die Daten an einen Empfänger senden. Und zu guter Letzt haben wir noch das Zwei-Wege-Netzwerk. In diesem bidirektionalen oder Vollduplex-Netzwerk kann jedes Modul Daten senden und empfangen. Die MAC-Adresse, auch bekannt als Media Access Control-Adresse, ist eine eindeutige Kennung, die Netzwerkgeräten zugewiesen ist. Sie besteht aus einer 48-Bit-Zahl und wird normalerweise in sechsstelliger, hexadezimaler Form dargestellt. Die MAC-Adresse wird auf der Hardware-Ebene eines Netzwerkgeräts festgelegt und identifiziert dieses Gerät eindeutig in einem Netzwerk. Die MAC-Adresse können wir aber auch auf der Software-Seite einstellen. Um die MAC-Adresse unseres Micro-Controllers auslesen zu können, wird dieser kurze Sketch verwendet, der die MAC-Adresse in den Serial Monitor schreibt. Hier zu sehen in der sechsstelligen Hexadezimalzahl. Alle Links zu GitHub findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Lasst uns jetzt ein praktisches Beispiel machen mit einem Sender und einem Empfänger. Die nachfolgenden Sketches sind alle für den ESP32 programmiert. Wie man ihn für den ESP8266 umändert, das erfahrt ihr noch ein bisschen weiter hinten im Video. In diesem Beispiel senden wir ein Signal, wenn der Taster gedrückt wird. Mit dem zweiten ESP schalten wir dann die LED ein, solange der Taster gedrückt wird. Wird der Taster losgelassen, dann wird auch die LED wieder ausgeschalten. Und zur Übertragung der Daten verwenden wir natürlich das ESP-NOW-Protokoll. Kümmern wir uns als erstes um den Sender mit dem Taster, der am Pin D2 angehängt ist. Zuerst binden wir die ESP-NOW- und Wifi-Library in unseren Sketch ein. In PIR-Info schreiben wir die Informationen über das Modul, mit dem wir kommunizieren wollen. Darin enthalten ist die MAC-Adresse, die wir in der Zeile darüber angegeben haben. Danach definieren wir Variablen für den Taster, an welchen Pin er angehängt ist, den aktuellen Status und den letzten Status, die D-Bounce-Time zum Embrälen und die Zeit, bei der das letzte Mal eine Änderung vom Taster festgestellt wurde. Mehr Details, wie man einen Taster richtig programmiert, findet ihr in diesem Video, das ich euch oben rechts einblende. Hier definieren wir eine Struktur mit dem Namen StructMessage und innerhalb der Struktur werden wir Variablen initialisieren, die die Daten enthalten, die wir über ESP-NOW an den Empfänger übertragen werden. Diese Variablen können von Typ Jar, Integer, Float und Boolean sein, aber wir verwenden hier den Typ Byte. Als nächstes legen wir eine Variable von Typ StructMessage an und nennen sie MyData. Diese wird später im Sketch verwendet, um die Daten zu erfassen und sie entsprechend zu übertragen. Mit der Funktion OnDataSend wird die Nachricht versendet und in den Serial Monitor geben wir den Sende-Status aus. Im Setup definieren wir den Input vom Taster mit dem internen Pull-Up-Widerstand, verbinden uns mit Wi-Fi und initialisieren das ESP-NOW-Protokoll. Die nachfolgenden Zeilen verbinden den Sender mit dem Empfängermodul. In der Loop-Funktion überprüfen wir den Taster-Status und wenn er gedrückt wird oder wieder losgelassen, dann senden wir jeweils eine Nachricht an den Empfänger. Der Empfänger ist vergleichsweise zum Sender, um einiges einfacher zu programmieren. Hier haben wir eine LED inklusive einen 220 Ohm-Widerstand auf dem Pin D2 angehängt. Wir binden wieder die ESP-NOW- und Wi-Fi-Library in unseren Sketch ein und hier definieren wir die gleiche Struktur namens StructMessage wie für den Sender. Im Setup setzen wir Pin D2 als Output und verbinden uns mit Wi-Fi. Danach wird das ESP-NOW-Protokoll initialisiert und bei einem Fehler wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Mit ESP-NOW-Register wird beim Empfangen von Daten die OnDataReceive als Callback-Funktion aufgerufen. In dieser OnDataReceive-Funktion werden die empfangenen Daten aufbereitet und in den Serial Monitor geschrieben. In der Loop-Funktion überprüfen wir, ob die MyData.a Variable 0 oder 1 ist. Beim Wert 0 wird die LED ausgeschaltet und beim Wert 1 schalten wir die LED ein. Wer tiefer in die Elektronik und Heimautomation einsteigen möchte, den kann ich hier dieses E-Book empfehlen. Es beinhaltet mittlerweile über 600 Seiten. Und auch das heutige Video findet ihr in geschriebener Form im Buch wieder. Dieses Buch wird ständig weiter aktualisiert und ihr könnt euch alle zukünftigen Updates kostenlos herunterladen. Mit dem Kauf unterstützt ihr Edis Tech Lab und ich möchte mich jetzt schon recht herzlich bei euch dafür bedanken. Als nächstes sehen wir uns Multiple Sender und Einempfänger an. Das ist ein sehr praxisnahes Beispiel, in dem mehrere Sensoren Daten an eine zentrale Stelle senden, um die Daten zum Beispiel auf einem Bildschirm auszugeben. Der Empfänger kann jeden Absender anhand seiner eindeutigen MAC-Adresse identifizieren. Der Umgang mit verschiedenen MAC-Adressen auf der Empfängerseite ist recht rechenintensiv, um herauszufinden, welches Board welche Nachricht gesendet hat. Um die Sache zu vereinfachen, identifizieren wir jedes Board mit einer eindeutigen Nummer, also so eine ID, die bei 1 beginnt. Wenn wir zwei Boards haben, hat eines die ID Nummer 1 und das andere die Nummer 2 und so weiter. Die ID wird zusammen mit den anderen Variablen an den Empfänger gesendet. Als Beispieldaten senden wir hier automatisch generierte Luftfeuchte- und Temperaturdaten, um eine Messzelle, wie zum Beispiel den SI7021-Sensor zu simulieren. Starten wir mit dem Center mit der ID Nummer 1 und nachdem wir die benötigten Libraries eingebunden haben, geben wir die MAC-Adresse vom Empfänger ein. Als Datenstruktur verwenden wir die ID Nummer, die wir jedem Center zuweisen, gefolgt von einem Luftfeuchte-Wert Humidity und einem Temperaturwert Temperatur. Der Aufbau vom Center ändert sich nicht vom Beispiel davor und es werden keine neuen Befehle benötigt. Auf GitHub findet ihr zwei Center-Codes, einmal mit Center 1 und einmal mit Center 2. Hier in der Loop-Funktion generieren wir jeweils Zufallswerte für Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Beim Empfänger wird die gleiche Nachrichtenstruktur wie beim Sender angelegt, die die Sender-ID, einen Temperaturwert und einen Feuchtewert enthält. Sobald jetzt eine Nachricht empfangen wird, wird der Datensatz ausgewertet und in den Serial Monitor geschrieben. Schließen wir jetzt den Sender und den Empfänger an und dann im Serial Monitor können wir die empfangenen Daten ansehen. Das ESB Now-Protokoll ermöglicht es uns, mittels einer Zwei-Wege-Kommunikation zwischen den ESBs Daten auszutauschen. In diesem Fall ist jeder ESB ein Sender und Empfänger gleichzeitig. Auch für diesen Betriebsmodi werden keine neuen Funktionen benötigt und wir können auf den Sender- oder Empfänger-Sketch aufbauen. Mit einem ESB senden wir wieder Daten auf den zweiten ESB und dieser antwortet dann mit einer Danke-Nachricht. Der erste Sketch passiert auf demselben, bei dem wir die Temperatur und Luftfeuchtigkeit senden. Erweitert ist er, dass er jetzt Daten, die empfangen werden, lesen und in den Serial Monitor schreiben kann. Im zweiten Sketch werden die Daten, die empfangen wurden, ausgegeben und wir senden dann eine Danke-Nachricht an den ersten ESB. Am ersten ESB sehen wir, dass wir eine Nachricht erfolgreich gesendet haben und als Antwort haben wir die Nachricht Danke bekommen. Am zweiten ESB haben wir luftfeuchte Werte und Temperaturwerte bekommen und die Bestätigung, dass unsere Dankes-Nachricht erfolgreich gesendet wurde. Bei ESB Now haben wir die Möglichkeit, den ESB 32, aber auch den ESB 82-66 in einem Netzwerk zu mischen. Wenn euch das Video bis hierher gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Und über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich auch immer sehr. Vielen Dank! Aber sehen wir uns jetzt an, wie wir den Sketch vom ESB 32 so anpassen können, damit er auch mit dem ESB 82-66 funktioniert. Ich habe bewusst den Teil vom Code entfernt, damit der Unterschied leicht zu sehen ist. Den vollständigen Sketch könnt ihr natürlich auf GitHub finden und den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Der erste Unterschied zum ESB 32-Code ist das Einbinden der Bibliotheken. Hier benötigen wir die ESB 82-66 Wi-Fi-Library. Bei der Funktion OnDataSend wird für den ESB 82-66 die Variablen-Definition konstant entfernt. Dasselbe auch bei OnDataReceive. Der ESB Now Send-Status wird beim ESB 82-66 als Variable definiert. Beim ESB 82-66 muss die Rolle definiert werden und das wird hier in dieser Zeile ESB Now Set Self-Roll gemacht. Hier habt ihr eine Auflistung, welche unterschiedlichen Rollen es für den ESB 82-66 gibt. Mehr muss beim ESB 82-66 nicht angepasst werden und somit könnt ihr jetzt beide ESB-Versionen bunt in euren Netzwerk mischen. Schaut auf GitHub vorbei, dort findet ihr alle Sketches für den ESB 32 sowohl auch für den ESB 82-66. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, noch ein anderes Protokoll kennenzulernen, dann kann ich euch hier dieses Video empfehlen über MQTT. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, euer Edi. 10 9 10 14 15 16 18 18 19 20 20